9,98, 9,9, und 1000! Geld, Argent, Moneta, Cash! Heute reden wir über Leistung im volkswirtschaftlichen Sinne. Die Konjunktur. Sie bildet die Gesamtsituation einer Volkswirtschaft ab, also wie viel ein Volk wirtschaftlich innerhalb eines Quartals oder Jahres geleistet hat, und wie deine persönliche Leistung, kann auch die wirtschaftliche Leistung schwanken. Mal haben wir einen Aufschwung, manchmal sogar einen richtigen BOOM! Mal haben wir einen Abschwung und manchmal sogar eine richtige Krise. Und das ist völlig okay so. You are völlig okay so. Das Leben ist voll mit Ups und Downs, aber unterm Strich ist man immer am Wachsen. Genauso wie die Wirtschaft. Mal nimmt das Wirtschaftswachstum zu, das ist der Aufschwung. Die Wirtschaft wächst, Haushalte und Unternehmen arbeiten, haben Geld, konsumieren und produzieren Güter und investieren. Alle freuen sich. Dann kommt der Boom, den nennt man auch Hochkonjunktur. Die Wirtschaft wächst hervorragend, allen geht es ma-ni-fi-k. Doch irgendwann nimmt das Wirtschaftswachstum wieder ab. Zum Beispiel wegen Finanzkrisen, Kriegen oder der Sättigung von Märkten. Das ist der Abschwung oder auch Rezession genannt. Es gibt wenige Arbeit, die Löhne steigen nicht mehr, die Leute werden unsicher und beginnen zu sparen. Es wird weniger konsumiert, produziert und investiert. Geld und Güterströme nehmen ab. Und wenn es so weitergeht, kommt die Krise oder auch Depression genannt. Und das sind die harten Zeiten. Doch irgendwann kommt wieder ein Aufschwung, zum Beispiel dank neuen, innovativen Erfindungen, und der Kreis schließt sich. Ein solcher Ablauf nennt man darum Konjunkturzyklus. Aber woran misst man das Wirtschaftswachstum? Denken wir zurück. Wirtschaftskreislauf, Geld, Strom, Güter. Genau, das Bieb. Das Bieb ist ein Maß für die Leistung einer Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum. Es gibt den Wert aller im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen an. Ein sehr großer Frankenbetrag. Wenn das Bieb wächst, steigt die Konjunktur. Und wenn das Bieb sinkt, sinkt die Konjunktur. Was aber beeinflusst die wirtschaftliche Leistung, respektive das Bieb? Das erkläre ich euch an meinem selbst entwickelten Wirtschaftssimulator. Die Leistung einer Wirtschaft setzt sich zusammen aus dem Konsum der Haushalte, den Ausgaben des Staates, den Investitionen von Unternehmen und den Auslandshandeln. Wenn wir mehr exportieren als importieren, ist dieser positiv. Denn dann verdient die Schweiz Geld im Handel mit dem Ausland. Alle diese Faktoren beeinflussen das Bieb. Und auch sich gegenseitig. Warum? Wegen der menschlichen Psychologie. Sagen wir mal, wir sind in einem Ausschwung. Die Leute beginnen mehr zu konsumieren, weil sie jetzt gutes Geld verdienen. Die Wirtschaft wächst. Weil mehr konsumiert wird, können die Unternehmen mehr verkaufen und machen mehr Geld. Dieses können sie dann investieren und das Unternehmen wachsen lassen. Dadurch entstehen Arbeitsplätze und die Löhne steigen. Die Leute haben also noch mehr Geld zu konsumieren. Bumm! Hochkonjunktur! Der Staat verhält sich tendenziell umgekehrt zum Rest. In der Hochkonjunktur mit viel Geld nimmt der Staat mehr Steuern ein und muss weniger Arbeitslosenunterstützung zahlen. Und das ist gut so. Anstatt noch mehr Geld in die Wirtschaft zu pumpen, baut der Staat Reserven auf. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Aha! Schaut mal! Ein Korruptionsleck. Was passiert, wenn Leute im System Geld abzwacken? Darum immer schön überwahren. Jetzt zum Ausland. Das ist extrem wichtig. Geht es dem Ausland schlecht, sinken unsere Exporte. Diese machen viel für unsere kleine Schweizer Wirtschaft aus, da wir viel mit dem Ausland handeln. Das Wirtschaftswachstum geht zurück. Unternehmen können weniger verkaufen, also investieren sie weniger. Konsumenten denken, oh oh, weniger Geld. Sie konsumieren weniger, um Geld zu sparen. Und das ist der Teufelskreis. Es wird weniger verkauft, weniger investiert, weniger Lohn, weniger Konsum, weniger Investition, weniger Konsum. Krise! Depression. Doch zum Glück ist da noch der Staat. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, pumpt der Staat seine Reserven in den Kreislauf. Das macht er in Form von Arbeitslosengeldern, staatlichen Investitionen und anderer Unterstützung. So wäre so der Staat zu überbrücken, bis es der Wirtschaft wieder besser geht. Und das ist die Konjunktur. Zins und Inflation, das überlasse ich euren Lehrpersonen. Aber jetzt eine Quizfrage an euch. Kann die Wirtschaft ewig wachsen? Mehr dazu in der nächsten Episode mit dem Thema. Die Nachhaltigkeit. Ich bin Hannah Cash. Make business, make money. Bis zum nächsten Mal. Bye!